Der Typ ist cool und er weiß, was zählt. So jung und schnell, er ist auserwählt. Lasst euch nicht erschrecken von dem American Dragon. Zu sehen, wie er fürs Gute kämpft, ist ein Abenteuer. Drachenmaul, Drachenschwall, Vorsicht, er spuckt Feuer, ganz ungeheuer. American Dragon, American Dragon. Er heißt American Dragon. Macht Drachenkarriere nach Großvaterslehre. Er drückt sich nicht vor seiner Pflicht, wenn sein muss, tritt er auch ins Rappenlicht. American Dragon. Ich bewache hier als Drache diese riesige Stadt, weil New York sonst ziemliche Probleme hat. Kapiert? American Dragon. Wir sehen uns beim nächsten Fall. Halt die! Los, halt die!